Hey Leute, Sergi hier. Wir wollen gleich zu der Mall nach Wesley Chapel und dann zeige ich euch mal ein bisschen, wie das hier so abläuft. Und ich hoffe, euch wird es gefallen. Jengu! Und Jengu wird in Käfig gehen. Bis gleich. Komm. 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 Jetzt sind wir in der Fiagras Mall angekommen. Jetzt gehen wir ein bisschen hier schlendern. und meine frau will zu victoria's secret na Schatz, was willst du dir holen? zeigen wir euch mal wie das hier so ist das ist eine sehr sehr schöne mall es ist draußen es ist outdoor ein bisschen kalt jetzt so sieht das hier aus was gibt es hier? ja soll ich draußen warten? ja ist okay ja das ist sehr schön hier also es war schon immer unsere unser lieblings mall so von draußen rumlaufen nicht so geschlossen und das ist jetzt in wesley chapel wo wir auch bald wohnen werden ja heute ist ein bisschen fresh so meine frau ist jetzt bei victoria's secret reingegangen ich werde draußen warten und 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 meine frau wartet bei victoria's secret ein bisschen gelangweilend ich hoffe wir gehen gleich weiter noch ein bisschen rumlaufen es ist schon dunkel und kalt ist es auch heute also jetzt auf jeden fall 14 grad ja endlich fertig bei victoria's secret jetzt warten wir bis meine frau rauskommt jetzt warten wir bis meine frau rauskommt jetzt warten wir bis meine frau rauskommt wo gehen wir hin äh das dahin das dahin ganz bestimmt nicht ich habe jetzt zurückgelebt schatzke heute morgen wieder hier hin ach so nicht wo sie morgen noch zur arbeit sind hin und her fahren so sieht das hier aus sehr schön ist traurig ja was sicherlich wir haben eine 25-month-option ja vielleicht kommen wir mal ja ja und Bad & Body Works? da habe ich auch noch meine gute jetzt gehen wir zur Bad & Body Works was willst du denn kaufen? ha ha hi es geht um Spaß und schießt lieber über den Schaub ja 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 wir haben jetzt geschafft das ist ein Paradies für Frauen anscheinend mit Seifen und alles drum und dran Schampoos Schampoos Kerzen meine Frau steht auf Kerzen wo sind denn die Kerzen? oh I'm sorry ok so wie ihr vielleicht gerade mitbekommen habt wurde ich aufgefordert dass man dort nicht filmen darf beim Bad & Body Works deswegen habe ich die Kamera ausgemacht wir sind auch jetzt schon fertig und fahren nach Hause wir frieren ein bisschen wenn ich auch schreit wenn ich aufgeregt eh Bis zum nächsten Mal.